. 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 Hey, Leute, willkommen zu KCA Countdown-Show. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute sind wir hier mit geballter Spotlight-Power. Alles klar? Spotlight ist gleich 2-mal für die Kid-Choice-Words nominiert. Und deshalb gibt es heute Spotlight Unplugged im Joppel-Park. . . . Du bist das große Los, mein absoluter Hauptgerinn. Ich lass dich nie wieder los, weil ich und mein Herz bei dir zu Hause sind. Und was die anderen denken, ist mir egal. So was wie dich gibt es im Leben nur einmal. Wow, wir sind magnetisch, wir ziehen einander an. Wir sind magnetisch, du und ich, wir zwei gehören zusammen. Wohin du gehst, ich halt dich fest. Ich will, dass du mich nie verlässt. Wir sind magnetisch, wir zwei, wir zwei gegen den Rest. Wir sind magnetisch, wir ziehen einander an. Wir sind magnetisch, wir ziehen einander an. Wir sind magnetisch, wir zwei, wir zwei gegen den Rest. Wohin du auch gehst, ich halt dich fest, ich will, dass du mich nie verlässt. Wir sind magnetisch, wir sind magnetisch, wir zwei, wir zwei gegen den Rest. Hey, Nevena, na? Was war dein Lieblingsmoment? Ich glaube, mein Lieblingsmoment war der, wo wir eine Konfetti-Schlacht an der Base veranstaltet haben. Ja, oh mein Gott. Mit Moritz, der dann irgendwie oben stand und wir haben uns gegenseitig mit Konfetti abrufen. Ey, alles im Mund gehabt, im Auge, das war so lustig. Bei mir war es, glaube ich, da kann ich mich noch daran erinnern, mit Jerome und FreshTorger habe ich da gedreht in der einen Folge. Und da hatten wir eine Szene, keine Ahnung, das war einfach, ist total eskaliert in der Szene und FreshTorger, der hat so viel Energie und das hat er auch direkt auf Jerome und mich übertragen. Das hat so viel Spaß gemacht. Das foggt natürlich am Set dann auch einfach, ne? Sehr cool. Und jetzt fühlt sich bereit für deine Performance. Bist du ready? Natürlich bin ich ready. Na dann, würde ich mal sagen, los geht's, oder? Let's go Nevena. Wir haben da was vor und das hat Priorität so lange gewartet, nicht zu träumen gewagt, nie was gesagt, doch damit ist jetzt Schluss. Heute dreht sich der Wind, weil etwas Großes Neues beginnt. Was raus muss, muss raus, dreh doch mal laut, dann spürst du es auch. Wir leben einfach los, los, unseren Träumen hinterher, hinterher. Sie waren doch immer schon, greifen nah, immer hier, immer da. Komm, wir machen heute unsere Träume wahr. Komm, komm. Komm, wir machen heute unsere Träume wahr. Komm, komm. Woran willst du glauben? Ey, wenn nicht an dich selbst, weil du Angst hast, dass du fällst. Ein Leben lang warten. Irgendwann ist es zu spät. Irgendwann ist es zu spät. Lebst, solange du lebst. Nimm das Ruder in die Hand. Dreh die Segel in den Wind. Damit etwas Großes Neues beginnt. Was raus muss, muss raus, dreht doch mal laut, dann spürst du es auch. Wir leben einfach los, los, unseren Träumen hinterher, hinterher. Wann noch immer schön. War noch immer schön. Bleib von nah, immer hier, immer da. Komm, wir machen heute unsere Träume wahr. Komm, komm. Komm, wir machen heute unsere Träume wahr. Komm, komm. Komm, komm. Und da heute das große Spotlight-Special ist, haben wir uns nicht lumpen lassen und noch jemanden dazu geholt. Ihr wisst ja, einer für alle und alle für allen. Dalia ist im Rolantica im Europapark unterwegs und muss es schaffen, ohne nasse Füße die Planken zu überqueren. Aber das ist noch nicht alles. Auf dem Weg muss ich auch noch Palmen und Flamingos sammeln. Und das alles in zwei Minuten. Ich bin mega gespannt, ob sie es schaffen. Los geht's. Uh, das sieht aber ganz schön wackelig aus. Aber egal, ich packe das. Ich bin schon auf Startposition. Los geht's. Los geht's. Und ich packe das. Por favorا, ich packe das. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war ganz schön anstrengend. Jetzt zählen wir doch mal nach, wie viel ich überhaupt eingesammelt habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Ich habe tatsächlich alle eingesammelt. Jetzt zurück zu euch ins Studio. Vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht und euch auch noch ganz viel Spaß. Tschüss. Das war es schon wieder mit der KCA Countdown Show. Und wer noch mehr Songs von Spotlight aus der Staffel 4 hören möchte, kann das auf Spotify, Deezer und iTunes in seine Playlist packen. So, jetzt müsst ihr aber wirklich raus hier. Ich muss noch das Studio fegen. Ja, okay. Tschüss. Tschau. 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 Tschau.